Manche mögen sie schlank, andere mögen sie mit Kurven und ich rede hier von Monitoren. Was habt ihr schon wieder gedacht? Ihr wünscht euch mehr zum Thema Monitore und daher schauen wir uns heute mal was Kurviges an und gehen der Frage auf den Grund, ob ein Curved Monitor mehr dem menschlichen Blickfeld gerecht wird. Viel Spaß! Darf ich vorstellen, das ist der Aorus CV27F, der dritte Monitor, den Gigabyte unter seinem Gaming-Brand Aorus rausbringt, denn ich habe mir ja schon zwei Monitore von Gigabyte angesehen. Das war einmal der AD27QD und der KD27F. Und bevor ihr fragt, die haben alle so komische Namen, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Nun könnte man sich fragen, wenn sie nun schon zwei Monitore rausgebracht haben, wozu dann einen dritten? Und das ist eigentlich auch relativ leicht begründet. Es sind drei vollkommen unterschiedliche Gaming-Monitore. Der erste war ein WQHD 144-Hertz-Monitor, der zweite ein Full-HD 240-Hertz-Monster für die High-FPS-Shooter-Fans und dieser hier ist ein 165-Hertz-Curved-Monitor. Und vielleicht reden wir als allererstes über das Thema Auflösung und Größe. Der CV27F hat eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll im 16 zu 9 Format und eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Und da sag ich ganz klar, das geht noch so gerade. Also 27 Zoll ist ja relativ groß und Full-HD ist mittlerweile ja eher eine niedrige Auflösung. Also hier hätte ich mir ein Modell mit 1440p gewünscht, aber ich war wirklich erstaunt, denn als ich den Guide gelesen habe, hätte ich mir vorstellen können, dass das Ganze nicht so scharf ist, wie es ist. Ansonsten ist das Teil in Bezug auf die Optik und Haptik wirklich gut gemacht. Wir haben den Aorus-typischen schmalen Standfuß, den Schaft, der den Monitor hält und das Panel selbst, auf das wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Der Lieferumfang ist eigentlich auch echt üppig. Wir haben so ziemlich alles an Kabeln, was man braucht. Sprich, ein Kaltgerätestecker für den Strom, ein HDMI-Kabel, ein USB-Kabel und ein Displayport-Kabel und gerade so Displayport-Kabel können ja schon ordentlich ins Geld gehen in der Anschaffung, also das ist eine nette Sache. Anschlusstechnisch ist der Gerät auch gut ausgestattet, denn wir haben Audio-Ports für Kopfhörer und Mikrofon, zweimal HDMI 2.0, einmal Displayport 1.2, ein USB-Typ-B-Anschluss, um den Monitor mit dem Rechner zu verbinden. Und warum das Ganze? Na ganz einfach, dieser Gerät hier hat eine RGB-Beleuchtung. Zeig mir mal einen Döner-Spieß, der das kann. Und ja, wenn ihr den Monitor dann per USB an den Rechner anschließt, könnt ihr das Ganze auch noch über Gigabyte-Fuden steuern und dann wären da noch die zwei USB-3.0-Ausgänge, was wirklich genial ist, denn die unterstützen dann auch noch Quick Charge, das bedeutet, ihr könnt hier rüber eure verschiedenen Geräte laden. Die Feature-Liste von dem Teil ist ungemein riesig. Ich meine, ihr habt einmal AMD Radeon FreeSync 2 HDR, was euch vor T-Ring und so weiter schützt, wenn ihr eine AMD-Grafikkarte benutzen solltet, allerdings bietet der Monitor gleichzeitig auch noch Nvidia G-Sync-Kompatibilität an. Also unabhängig davon, was für eine Grafikkarte ihr benutzt, könnt ihr eine adaptive Sync-Technologie nutzen und das ist verdammt cool. Gleichzeitig ist der Gerät hier auch Display-HDR 400 zertifiziert. HDR steht für High Dynamic Range und bietet euch einfach besseren Kontrast und bessere Farben als Nicht-HDR-Panels. Auch farblich kann sich dieser Gerät dank nativem 8-Bit-Color-Support echt sehen lassen, denn während beispielsweise 6-Bit-Panels nur 260.000 Farben darstellen können, kann ein 8-Bit-Panel bereits 16,7 Millionen Farben darstellen und ihr wisst, wofür 16,7 Millionen Farben steht? Genau, RGB! Und wo wir gerade beim Thema RGB sind. Der Monitor ist 90% DCI-P3 zertifiziert, was eine Farbraumzertifizierung beschreibt, die etwas mehr Rot und Grün beinhaltet wie das klassische sRGB. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, denn Creator sind, was Farbräume angeht, auch häufig sehr eigen. Die einen bevorzugen Adobe RGB, die anderen sRGB und von DCI-P3 höre ich ehrlicherweise zum ersten Mal, daher kann ich dazu nicht so viel sagen, aber ich glaube, eine sRGB-Abdeckung wäre schon cool gewesen. Für Gamer interessant ist vor allem der Black Equalizer, mit dem ihr den Schwarzwert einstellen könnt. Wenn ihr beispielsweise mal dunkle Bildbereiche habt, könnt ihr entsprechend aufhellen und so auch eure Gegner besser identifizieren und das ist ein Feature, was ich persönlich nicht mehr missen möchte, eine wirklich coole Sache. Das sind nun alles Features, die man aber so auch bei anderen Monitoren von anderen Herstellern findet. Interessant sind dann vor allem die Aorus-exklusiven Features, darunter beispielsweise der Aim Stabilizer. Denn habt ihr diesen beispielsweise in-game an, dann wird das Problem mit dem Motion Blur entsprechend reduziert und die ausgegebenen Frames wirken einfach etwas schärfer. Das ist ein Feature, was unter anderem nur Aorus-Monitore haben. Genauso aber auch der Game Assist, mit dem ihr euch ein eigenes Fadenkreuz auf den Monitor hauen könnt. Das geht meiner Meinung nach schon ein bisschen in Richtung Cheaten, denn so könnt ihr in einem CS-GO-Match mit einer AWP rumlaufen und habt trotzdem auf die nahe Distanz ein Fadenkreuz. Gerade ich als Noob möchte dieses Feature auch nicht mehr missen, denn das hatten auch schon die anderen Aorus-Monitore. Auch mit an Bord im Game Assist sind so Dinge wie Timer, Counter und ein Dashboard, wo ihr euch verschiedene Parameter wie beispielsweise die CPU-Temperatur anzeigen lassen könnt. Da braucht man fast keinen Afterburner mehr. Ebenfalls wirklich cool ist, dass ihr auch den Sound über diesen Monitor ausgeben könnt und er hat sogar ein Active Noise Cancelling, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich das nicht wirklich notwendig finde. Interessant ist aber vor allem, was dieser Monitor hier an Leistung, also nicht an Ausstattung, sondern an Leistung für Gamer erbringt. Erstmal vielleicht zu dem Curved Feature. Die Besonderheit hier liegt an der Art der Krümmung bei dem CV-27F, denn sehr viele Curved-Monitore haben eine Krümmung von 1800R. Das ist der Wert, der die Krümmung angibt und das wird dem menschlichen Sichtfeld eigentlich nicht gerecht, denn das menschliche Sichtfeld entspricht einer Krümmung von 1000R. Der Aorus CV-27F kommt näher an das menschliche Sichtfeld ran mit seinen 1500R und deckt einen größeren Bereich des natürlichen Sichtfeldes ab. So zumindest die Theorie, aber ich muss sagen, wenn man vor dem Teil sitzt, hat man schon deutlich mehr das Gefühl von Tiefe im Bild als bei einem normalen flachen Monitor. Leistungstechnisch haben wir hier ein 165Hz VA-Panel, üblich sind häufig 144Hz oder sogar 240Hz. Ich persönlich muss sagen, dass ich bei 165Hz nun nicht wirklich den Unterschied zu 144Hz feststellen kann, aber vielleicht habe ich unter meinen Zuschauern ein paar Pro-Zocker, die mir in die Kommentare schreiben können, ob sie einen Unterschied zwischen den beiden Einstellungen merken. Mit einer Millisekunde Reaktionszeit ist das Panel verdammt schnell, allerdings hat ein VA-Panel eben nicht die Qualität, die ein IPS-Panel bietet. Das muss man auch nochmal klar sagen. Da hat der Aorus AD-27QD ein deutlich satteres Bild. Beim Gaming spielt das nicht unbedingt eine große Rolle, denn dieser Monitor ist auch schon wie der Gigabyte 240Hz-Monitor für schnelle Shooter gedacht und da geht es nicht um Optik, sondern um Geschwindigkeit. Und das habe ich ausgiebig getestet. Ich habe mir verschiedene Shooter angesehen und einige Stunden mit diesem Monitor hier verbracht. Mein Skill hat das Ganze leider nicht verbessert, aber ich habe definitiv das Curved-Feature beim CV-27F schätzen gelernt. Man hat damit einfach nochmal deutlich mehr das Gefühl, im Spielgeschehen drin zu sein und nimmt einfach viel mehr Tiefe wahr, weil der Monitor dem menschlichen Blickfeld schon ziemlich nahe kommt, wobei eine Krümmung von 1000R, das würde mich mal interessieren. Aber gerade die 165Hz machen das Teil zu einem wahren Bies, denn Leute, glaubt mir, zwischen 60 und 144Hz liegen Welten. Ich kenne keinen, der jemals einen 144Hz-Monitor hatte und wieder zurück zu 60Hz-Monitoren gegangen ist. Das würde auch keiner machen, das Bild ist einfach so viel flüssiger und man hat auch das Gefühl, schneller zu sein. Bei AAA-Titeln kommt dann aber die Auflösung ins Spiel und hier muss ich ehrlich gestehen, wäre eine höhere Auflösung gerade bei 27 Zoll Bildschirmdiagonale schön gewesen. Bei einem großen Fernseher ist Full HD nicht so schlimm, weil man weiter weg sitzt, aber wenn man genau hinsieht, hat man von naher Distanz doch irgendwie das Gefühl, dass der Monitor einfach nicht so ganz hochauflösend ist, wie er sein sollte. Und das liegt dann natürlich an der Pixeldichte. Jetzt kommt das große Aber, denn der Aorus CV27F hat aus meiner Sicht einen ziemlich attraktiven Preis für diese ganzen Features, die er bietet. Beim günstigsten Anbieter legt man zurzeit für dieses gute Stück 375 Euro auf den Tisch. Ja, ich weiß, das ist verdammt viel Geld, aber für die Geschwindigkeit, die Bildqualität, die Features, die dieser Gerät hier bietet, ist das ein mehr als fairer Preis. Ich persönlich muss sagen, dass ich absolut auf Curved-Monitore stehe und kann jedem nur ans Herz legen, selbst mal in den Laden zu gehen und sich so einen Curved-Monitor anzuschauen, denn gerade wenn man auch nur über einen Monitor spielt, macht das Ganze in Bezug auf das Sichtfeld viel mehr Spaß. Nun könnt ihr mir aber mal in die Kommentare schreiben, was ist euch bei einem Gaming-Monitor wichtig? Welche Preisklassen von Gaming-Monitoren sollte ich mir in Zukunft mal ansehen? Schreibt das gerne mal dazu und wenn euch noch weitere Reviews von Gaming-Monitoren interessieren, ich habe euch mal alle Reviews, die ich jemals zu Monitoren gemacht habe, in der Infobox verlinkt. Denn das Thema ist beim Gaming mindestens genauso wichtig wie Grafikkarten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.